Musik Ich bedanke mich für die getrennte Zeit. Ich bedanke mich für die getrennte Zeit. Und lasse sie in Frieden gehen. Und lasse sie in Frieden gehen. Mein Herz ist zum Empfangen bereit. Kraft meiner Liebe kann ich sehen. Ich bin Licht und ich bin dunkel. Ich bin Licht und ich bin dunkel. In Liebe verbunden. Die Quelle der Kraft. Die alles schafft. Die alles schafft. Schön. Wow. Ja, das ist der Aufbruch. Spielt ihr es? Das geht auch richtig rein, oder? Super. Ja, da möchte ich noch die Cherry Coats bitten, uns musikalisch hier in den Ausklang zu begleiten. Und dieses Teil zu vertonen. Ja. So spontan mal. Aber es ist immer wieder erstaunlich, was hier passiert, was wir gar nicht vorher uns ausdenken können. Wir schließen das Ganze. Das ist ja auch das Gute. Das ist das Schöne hier. Also ich finde, das ist das weibliche Prinzip, um das nochmal reinzumachen. Aus dem Chaos entsteht erst die neue Ordnung. Und so chaotisch, wie wir hier hoch sind. Männer können aber auch chaotisch sein. Das nochmal rein. Ich fühle uns immer ein bisschen unterrepräsentiert mit dem männlichen Prinzip. Okay. Aber wie toll ist das? Euer Auftritt. Ich geh auch nochmal. Das ist das Schöne hier. 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 Ja! 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 Is this plain reality, is it just a dream? Dreaming that isn't part of it like a dream! Das war's für heute. Ich höre euch, der uns anklackt, geht auch super, ihr habt das so gerne in der Kreise. Ja, vielen Dank, super, großen Applaus für Jerry Fultz, die sich hier gemeldet haben und ihr Bildschleidung könnt ihr sein können, Jerry Fultz. Wir bedanken uns bei allen, auch wenn wir jetzt wieder den Namen nicht nennen, alle, die sich hier beteiligt haben, die im Hintergrund gearbeitet haben, die einfach nur da sind. Und es ist einfach, jetzt fange ich an den Sorgen, es ist so wunderschön. Ich danke euch, dass ihr da seid, kommt gut nach Hause. Vielen Dank. Vielen Dank an jeden Einzelnen von euch und an diese wunderbar motivierende, unterstützende Energie.